Hier, sag mal, du spielst das auch schon seit ein paar Wochen Gitarre, ne? Kannst du schon irgendwas vom Ballbeat? Ja, schon. Also die Lola Montez kann ich zum Beispiel. Die Lola Montez? Ach komm, mach. Guck mal. Oh, nicht schlecht. Kannst du noch was Älteres? Was Älteres? I only wanna be with you. So, das Ding. Boah, das war ja der Wahnsinn. Kannst du noch was Neueres? So von Seal the Deal zum Beispiel. Da könnte ich zum Beispiel die Mary Jane Kelly. Ach komm. Das klingt ja wie das Original. Ja sag mal, kannst du auch was vom letzten Album? Vom letzten Album? Da hab ich die Everlasting drauf. Guck mal her. Ist geil, ne? Ja, da klingt ja eins schöner wie es Anne, du. Aber jetzt mal ne Frage. Kannst du auch The Lombarder? Ah, da ist er ja der Lombarder. Da, da, da. Ich wusste gar nicht, dass der auch von Volbeat ist. Also, wir sind hier in der Dirkungen. Lägt denn das? Wenspray. Ja.